Ja, moin moin YouTube, herzlich willkommen, liebe Sikela, zurück hier im LS19 Projekt King Challenge mit der lieben Wilma Bia und meiner Wenigkeit dem Andi Theke und jetzt sogar auch der Andi Mauer, der gerade mal am Dreschen ist auf unserem Feld. Ja, hallo. Ja, danke erstmal im Vorfeld für eure ganzen Kommentare. Ihr seid immer fleißig unterwegs, wenn ihr irgendwelche Ideen oder Tipps oder so habt, weil ihr damit schon Erfahrungen gesammelt habt. Das ist echt mega geil. Okay, es war noch einige überrascht, was wir denn wirklich für einen Plan verfolgen und dass wir halt nicht so wie unsere Konkurrenten auch auf Kühe gehen. Da haben wir aber von Anfang an auch schon drüber nachgedacht, dass wir keine Kühe machen, weil uns schon fast seit der dritten Folge irgendwie so ein bisschen klar war, dass unsere Kontrahenten halt früher oder später wahrscheinlich auf Kühe gehen werden, weil umsonst stellt man sich ja nicht so einen Silagebunker dahin, wo ich ja auch selber noch Silage reingefahren habe für die Kollegen. Da war das ja eigentlich schon fast, ja, zu erahnen, dass es früher oder später auf Kühe geht. Und ja, wir wollten eigentlich mal eine komplett andere Schiene ausprobieren. Kann nach hinten losgehen, kann aber auch positiv sein mit den Hühnern, ich weiß es nicht. Wir werden es aber trotzdem durchziehen und ausprobieren, wie das läuft. Wir werden uns auch Gedanken machen, wie gesagt, danke für eure Tipps. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, an der Stelle dann gerne, gerne raus damit, wie wir das Ganze schnell und gut verkaufen können. Dann immer raus damit. Wir sind euch da echt dankbar, wenn ihr was habt, dann lübt das auch. Wir werden jetzt erstmal anfangen, dass wir unsere Felder, die wir ja auch alle erntereif haben, ich muss gerade mal kurz gucken, ob auch alle Mitarbeiter, die wir zur Verfügung hätten, auch unterwegs sind. Das sieht jetzt nicht danach aus. Wohl doch, die machen die 87. Okay, alles gut. Dann sind sie alle unterwegs, dann passt das. 1, 2, 3, 4. Läuft. Weil wir haben ja auch jetzt gerade noch das Ackergras. Da sind, wie gesagt, der Andi und die Wilma gerade dran. Dann haben wir ja auch noch unser, ähm, was haben wir denn hier überhaupt angepflanzt? Unseren Weizen und... Die Zuckerrüben werden gemacht. Und, äh, Hafer, ne, war das? Hafer, genau. Jetzt muss ich mal nachfragen beim LU, was da schiefgelaufen ist auf der 121. Warum hat denn der nur ein Drittel von dem Feld gedüngt? Was ist da schiefgelaufen? Ja. Oh ja, mach mal Terror. Äh, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Hallo, Niedersachsen. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag, der Andi hier. Ähm. Guten Tag. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen und sind gut in den Tag gestartet. Äh, ja. Wir haben nur wenige. Kaffee schon durch und aufnahmefähig? Ja, die Nacht ist durch und mein Kaffee ist aufnahmefähig, genau. Hervorragend. Dann hätte ich mal eine ganz wichtige Frage. Vielleicht können Sie mir das beantworten, vielleicht auch nicht. Vielleicht muss der Mitarbeiter mir das beantworten. Ähm, warum ist denn die 121 nur zum Drittel gedüngt worden? Was, die 121? Ja. Ich habe da noch gesehen, dass der Kollege da irgendwie am Düngen war und, äh, der hat da auch die Nacht, also vor der Nacht irgendwie angefangen zu düngen, aber jetzt irgendwie ist, äh, alle Fähnchen abgerissen, abgebrochen, Zelte weg und er ist auch nicht mehr da. 121? Ja, genau. Das war aber schon gestern früh, oder? Ne, ich habe den gestern Nacht noch, äh, als ich losgefahren bin, um den letzten Rest vom Drescher abzutanken, äh, habe ich den da gerade mit einem Flüssigdüngelwagen rüberfahren sehen. Und irgendwie hat er dann... Das war aber auf der 122. Ne, der war auf der 121 tatsächlich unterwegs. Sie sehen das ja auch, also wenn Sie sich das mal angucken, dann, äh, hat er da irgendwie dann gesagt so, okay, äh, also entweder hat er dann auch, weil es ja auch einen Düngerauftrag für die 122 gibt, sich gedacht, okay, ich fahre dann auf der 122 weiter, hat er dann die 121 vergessen, ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass das irgendwie aufgrund der Wachstumsstufe... Weil es ist auf jeden Fall noch nicht erntereif, ich stehe hier gerade an dem Feld. Ja. Und es ist noch nicht erntereif, definitiv nicht, ähm, ob der Kollege das dann eventuell noch relativ zeitnah erledigen könnte, die Arbeit, die er angefangen hat, bevor es ja wirklich erntereif wird. Ähm, was ich sehe, wurde das schon vor einiger Zeit erledigt. Ja, dann, wie gesagt, er hat ja auch irgendwie angefangen, aber irgendwie fehlt er ein Riesenstück. Äh, ja. Ich schicke Ihnen da mal jemand los. Alles klar, super, vielen, vielen Dank. Danke, tschüss. Tschüss. So, wie immer, da bin ich wieder. Ja, hi. Ja, irgendwie, äh, ganz kurios. Also, der Kollege hat halt angefangen und, äh, hat dann irgendwie, äh, die Feld-122 weiter gedüngt und die 121 halt gedacht, so, reicht. Äh, okay. Ja, gut, dann, möchtest du verhandelt? Ich wollte gerne die Schweine, äh, Quatsch. Ja, fahr die CCM-Wiele weg. Ich habe auch Mais drin gelassen. Ich hoffe, das reicht jetzt auch erst mal. Was wir am Meister jetzt noch über haben. Ich glaube, da sind noch 40.000 Liter drin oder so. Ja, schön, ja. Dann müssen wir auf jeden Fall hier unseren, äh, CCM-Bunker auch noch verdichten, ne? Und abdecken zum Schluss irgendwie. Aber ich denke, da ist sein Trecker der geeignete, äh, wö, wö, wö. Wö, 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 ja. So, ähm, verhandelt habe ich mit ihm tatsächlich gar nicht, muss ich ehrlich gestehen. Also, hast du denn da? Soll ich sie wegnehmen? Komm, komm. Ich nehme sie weg. Ich, ich habe hier gerade gar keine Verbindung. Jetzt wieder. Okay. Wollte Rückwärtsgang, sorry. Ja, ich habe heute auch irgendwie komplett... Bei mir ist alles verkehrt herum, selbst auf der Tastatur. Äh, das war bei mir auch, tatsächlich. Selbst, selbst meine Tastatur sagt, ich mache heute alles anders. Steuerung und Doppeltleertaste soll helfen. Als Doppelklick nutzen. Steuerung. Ah, okay, jetzt geht's. Ja, ähm, dann nehme ich jetzt Mais mit, für die? Ja, gerne. Gut, dann nehme ich Mais und dann nimmst du eins von den anderen Sachen. Dann schauen wir mal, was sie vertragen. Die Hühnchen. Du hast jetzt alle voll gemacht, ne? Alle voll. Alle drei sind voll. Sehr gerne, ja. Ich bin auch ein bisschen, ähm, ich finde das ein bisschen spooky, was generell gerade mit den Feldern so ein bisschen los ist, weil irgendwie sind sie teilweise erntereif, teilweise sind sie in der zweiten Wachstumsstufe. Ähm, es ist sehr, sehr kurios aktuell, muss ich sagen. Ja, es ist nicht schöne Arbeit hier gerade mit den Feldern, auch haben wir jetzt gerade schon gesagt, auch mit dem Ackergras da. Das ist nicht schön. Oha. Oha. Sockerreben. Sockerreben. 12.000 Liter habe ich nur noch über. Oha. Von 32. Okay, also da geht ein bisschen was drin. Okay, ich habe das hier vielleicht ein bisschen zu eng gemacht. Also wir können da nicht durchfahren? Doch, doch, aber du musst ein bisschen ausholen, also am besten fährst du halt immer von unserer Hofseite rein. Nicht, nicht, dass die da drüben wieder einen auf. Ich scheiße die beiden Strafkammer an. Ja, die Mimosen, ne? Ja, richtige Heulsusen, oder? 20.000 Liter ging da rein an Mais. Aber wir haben, wir haben auch noch Gerste, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Ach nee, wir haben ja gar keine Gerste angepflanzt, ne? Nein, haben wir nicht, haben wir nicht. Nee, wir haben Hafer gemacht, okay. Okay, weil sonst hätte ich gedacht, Denkfehler, weil den Mais hätten wir jetzt für CCM gebrauchen können, aber okay, passt. Okay, krass, da bin 20.000 Liter auch da rein, ja? 20.000 Liter pro Stall, das ist, ist eine Nummer? Ist eine Nummer, ja, safe, aber keine Nummer, die wir nicht bewältigt kriegen. Ich bin halt eher am überlegen die ganze Zeit, ähm, was wir mit, äh, den Eiern machen. Also es gibt ja auch noch ein Lager, habe ich gesehen. Ob man die halt einfach erstmal nur da reinschmeißt, und das Ganze halt am Ende des Tages, irgendwann, wenn halt wir hier zum Ende kommen, wird ja alles, was in deinem Lager ist und so weiter und so weiter, wird ja verrechnet. Ja. Und du dann die Eier quasi, was du alles eingelagert hast, rechnet bekommst, oder ob, äh, ja, achso, noch ist es gar nicht erntereif, ne, oder? Nee, wir können rüberfahren. Ähm, oder ob wir es halt wirklich zwischendurch verkaufen gehen. Das ist halt jetzt so die Krux an der Geschichte, weil verkaufen, äh, ja, die Kartögenskins kannst du natürlich alle in deinen Anhänger schmeißen. Aber ich weiß halt auch nicht so richtig, wie das LU das nachher dann, äh, sieht, wenn du da mit einem Anhänger voller Kartons ankommst. Das können wir ja nochmal klären mit denen. Das sollten wir auch wie im Fall nochmal klären. So, jetzt ist überall Mais drin, wir haben auch kein Mais mehr, du machst gerade Zuckerrüben, ne? Ich bin bei Zuckerrüben, ja. Hatten wir noch was auf Lager gelegt? Nee, ne? Wir warten quasi jetzt mit dem Rest, äh, auf die Ernte. Hm, ich glaube, ja. Okay, lass mich nochmal durch. Zuckerrüben, Zuckerrüben. Ich guck mal. Saatgut. Ne, stimmt, den Rest haben wir alles zu Geld gemacht, weil wir gesagt haben, wir pflanzen an. Genau, erstmal Kohle scheffeln und dann Attacke. Okay, passt. Aber das sollte ja auch erstmal reichen an Futter. Die beiden Felder sind ja erntereif, also wir kriegen ja, wir kriegen ja Gerste. Äh, Weizen. Weizen. Genau. Äh, Stroh verfahren wir wieder gehabt, dass wir auch wieder Ballen draus machen. Wo? Vom Stroh. Vom Weizen. Ähm, ja. Würde ich sagen. Wir könnten ja auch, äh, fragen theoretisch, ob die, äh, Stroh brauchen. Ja, die brauchen ja bestimmt Stroh. Wir könnten das ja natürlich an die beiden verkaufen, ja. Wir könnten das ja natürlich an die beiden verkaufen. Aber so wie ich die kenne, werden sie dann, äh, rumheulen. Äh, nee, es ist zu teuer, oder? Könnte ja noch mal den Nachbarn, Herrn Friese, übernachten. Ich werde ihn da schon, wenn Stroh möglich machen. Das kriegen wir hin. Ich meine, was, was bezahlt man, ähm, bei Einkauf? Für Stroh? Hast du das im Kopf? Das habe ich nicht im Kopf, nee. Müssen wir gleich mal gucken. Ähm, Stroh im Einkauf. Warte mal. Stroh im Einkauf. Gibt's das überhaupt Stroh, 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 Stroh? Oder haben die das nur im Verkauf? Stroh. Was kriegt man denn Stroh, wenn man das verkauft? Bei den Kollegen, nimm die überhaupt Stroh? Silage, Silage. Äh, bin blind. Ich finde kein Stroh, warum finde ich denn kein Stroh? Stroh wollen die doch nachlässig eintragen. Ach da, Stroh. 100 Euro pro 1000 Liter kriegst du beim, ähm, L.U., wenn du es da verkaufst. Aber das ist ja lose, das sind ja gar keine Ballen. Warte mal, wo sind denn die Preise für Ballen? Verdammt. Silage, Silage. Ja, ich habe keine Ahnung. Bin ich gerade auf die Schnelle nicht. Muss aber gerade erst mal gucken. Ah, Wilma. Nein. Du hast das nicht angepasst. Egal, okay. Die Beine, ne? Ja. Das fällt mir auch gerade ein, ja. Ich sehe das gerade, weil ich hier gerade am Pressen bin, aber jetzt umzustellen ist auch scheiße, weil dann kommen sie ganz durcheinander. Ja, jetzt, wo du es sagst. Ich habe nämlich, äh, mitgekriegt, dass sie 8000 Liter max annehmen. Jetzt, wo du es sagst, ne? Genau. Ja, ich werde die Ballenpresse danach, wenn ich hier fertig bin, ähm, gleich umstellen. Gleich umstellen, am besten, ja. Ich gucke mal, wie voll der Anhänger ist. Shit, ey. Und. Wir müssen uns auch mal angewöhnen, dass wir den Ballenzähler zurücksetzen, wenn wir fertig sind, ey. Auch das wieder, ja. Losties. Losties on Tour hier. Einfach, einfach Hashtag Losties in den, in die Kommentare, Leute, ey. Es ist. Außerdem, warum machst du denn Losties? Wir beide. Das waren jetzt, das waren jetzt zwei Dinger von dir, nicht von mir. Du musst, du musst das nicht immer gleich auf mich auch abwälzen, hier. Das ist, das ist aber frech, ey. Hast du das vom, hast du das vom Freezy gelernt, oder? Ja. Du bist mit schuld. Was? Was? Ne, ich hab, ich hab eher gelernt, also, wenn, wenn da was schief läuft, dann ist bei ihm halt immer der Mitarbeiter schuld. Immer. Und der besteht so, ähm, musstest du ihn eigentlich auch Chef nennen? Nein. Nein, nein. Also, beim Gustav besteht er drauf, ne? Wir haben ja, wir haben ja eine, ähm, andere, noch eine andere Ebene, mit der wir miteinander kommunizieren, ja. Beim, beim Gustav besteht er drauf, ey, ohne Scheiß. Nein, das brauche ich noch nicht. Wir sind ja freundschaftslos. Achso, ihr seid freund, achso, ja, stimmt, da war ja was. Ja, da geht was. Ihr seid ja sowieso, ihr seid ja sowieso die ganzen Willen, das stimmt. Genau, da geht doch was, bei uns beiden. So, sag mal, hast du hier hinten noch mehr vergessen? Ähm, ach, hier, guck mal, da ist sogar noch eine Bahn, noch gar nicht gedroschen, ne? Also, so ein kleiner Streifen, nur, alles gut. Ja, dann ist, dann ist, dann ist so ein Stück weit und nicht erdreifer. Achso. Hier vorne auch, hier bei den Ballen, ne? Achso. Genau, was hast du denn hier gemacht? Hast du das alles nicht gesehen? Ich hab's blind gemacht, erst, das war der Blindflug, die ersten Reihen, ja. Wow, okay. Achso, dann, äh, warte mal, ich geh mal, äh, schon mal den Auftrag aussprechen, dass sie hier Ballen sammeln sollen. Ja, nein. Ja, nein, äh, herzlich willkommen, hier ist, äh, das Glücksrad. Sie haben gewonnen, eine Weltreise auf die Kanaren. Oh, äh, ja, das freut mich. Wann geht's los? Sobald sie einen Mitarbeiter aufs Welt 118 geschickt haben, um die Ballen einzusammeln. Äh, ja, das dauert einen Moment. Ist gar kein Problem, ähm, aber sobald der Mitarbeiter da ist, können sie sich gerne, äh, bei der Wilma Bia melden. Sie wird sie dann an die Reiseleitung weiterleiten und dann, äh, können sie auf die Kanaren fliegen. Sie müssen sich um nichts weiter kümmern, die Kosten werden übernommen. Die Rechnung geht an den Fritzel hoch. Sie hört sich gut an. Ja, wem sie die in Rechnung stellen, ist mir einfach egal. Sehen Sie? Hervorragender Deal, oder? Dass nicht aufs LLU zurückfällt. Halten Sie sich an den Herrn Theke. Und Ihnen geht's immer gut. Ah, äh, mehr oder weniger. Oh, ja, hoffentlich mehr. Ist zeitgetragen. Hervorragend. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und, äh, sobald's abgeht im Flieger, sagen Sie Bescheid. Dann bringe ich sogar noch einen Cocktail vorbei. Sie kommen mit? Ach so, ja, von mir aus auch das. Ja, nee, dann wird's aber nicht der Wohlsa. Ah, egal, äh, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ebenso, tschüss. Tschüss. Danke, schreie schön. Alles klar. Ansonsten, sag Bescheid. Ja. Ich hab jetzt grad dem, äh, Dispo, äh, Chef eine Kanarenreise auf Kosten des Fritzelhofes, äh, verkauft. Ja. Er schickt uns einen Mitarbeiter, der die beiden einsammelt. Sehr schön, sehr schön. Ich wollt grad sagen, jetzt hab ich Bescheid sagen können, dass wir das Ackergras jetzt verkaufen kommen, aber ich geh da gleich selber runter dann. Ja, da musst du, musst du gucken, ob da oben überhaupt einer dann rumsteht. Ja, ob der überhaupt einer ist. Der das halt, der das halt annehmen kann, ne? Ja. Der das halt annehmen kann, weil vorhin, die sind halt alle unterwegs. Und wieder Personalmangel. Ja, ist halt so, ne? Urlaubszeit, Krankzeit. Ist so. Ist ja jetzt nichts Verwerfliches, ist ja vollkommen in Ordnung. Es trifft ja alle Beteiligten, ne? So ist ja nicht. Ist ja nicht so, dass wir hier stehen und, äh, auf dem Zahnfleisch laufen und da drüben ist Halligalli Party auf Mallorca und so. Ne, ne, ne. Bei denen sieht's ja auch nicht anders aus. Von dem her alles im grünen Bereich und es läuft ja alles. Guck mal, wir haben jetzt, äh, die Zuckerrüben runter, wir haben die Stelle gebaut, wir sind mit Makagas runter, der Mais ist runter. Das wird grad alles schon wieder neu bestellt da hinten. Ähm, wie ich es gerade sehe, ist unser Weizen fertig, jetzt wo ich gerade vorbeifahre. Unser Weizen ist fertig. Warte mal, ist das fertig? Ja, das fängt an, fertig zu werden, ja. Die 121. Ja, es fängt an, ja, die 117 auch, aber das ist ja halt dieses Kuriose, ne, aber das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass wir, war das nicht auch so, äh, über Nacht, dass sie angefangen haben, das zu pflanzen und so, ja, ne? Ach ja, das war die Geschichte, ja. Das war doch die Aktion, wenn ich mich daran erinnere, wo noch gefragt wurde, ob wir die Nacht wirklich überspringen wollen. Genau. Und wir ja gepokert hatten, dass wir, äh, ja, unsere Felder, die schon fertig angepflanzt sind, dann quasi kriegen. Und die quasi keine Chance haben, irgendwas zu machen in der Nacht, aber da hat's ja dann, der Regen hat uns ja, äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Genau so war das. Jetzt weiß ich es wieder, ja. Schade, egal. Aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, wir haben noch zu tun, alles gut. Wir haben immer noch die Rechnung der Ballen nicht beglichen bekommen. Also wenn du jetzt gleich da hochfährst, dann kannst du das Thema nochmal ansprechen, bitte? Kann ich ja gleich nochmal anfragen, genau. Ähm. Ja, das, das muss einfach, das muss einfach schneller abgeglichen werden. Du hängst halt mit deinen Planungen extrem hinterher, weil, weil die Rechnung halt so lange offen ist. Muss ich ehrlich gestehen gerade. Ja. Weil wir werden ja jetzt demnächst dann auch die ersten Rechnungen wieder kriegen. Und haben noch gar kein Geld wieder bekommen. Haben noch gar kein Geld wieder bekommen. Ähm, Wilma, bist du jetzt schon auf dem Weg nach Rom? Jep, bin gleich da. Hervorragend. Wenn du, wenn du zurückkommst. Ja. Dann sofort am besten anfangen, äh, unser Silo zu verdichten. Damit wir das abgedeckt kriegen, weil das braucht halt auch eine gewisse Zeit, ne? Wir haben alles reingekriegt in ein Silo. Sehr gut. Ich hab jetzt gar nicht geguckt, wie viele Liter es waren, aber da sind auf jeden Fall einige hunderte, tausend Liter drin. Da können wir ja immer noch gucken. Wir müssen ja eh noch ein bisschen zusammenschieben und so weiter, bevor wir es abdecken. Also, ja. Ich guck jetzt gleich nochmal nach dem Preis. Was ist das? CCM, ne? Genau, CCM. Kann ja mal fragen. Aktuell sind wir da bei 1739 Euro nur. Ich weiß, dass er halt vor ein paar Tagen war noch ein bisschen höher. Da hab ich mich noch gefreut und gehofft, dass er ein bisschen so bleibt. Aber der ist anscheinend sofort wieder abgesackt. Da war er nämlich bei 1,9 oder so. Aber gut, was willst du machen? Kannst du machen nix. Kannst du machen gar nix. So, ich bin da. Ich wechsle da mal kurz den Channel. Ja, voran. So. Also trotz Blindflug hat sie aber fast alles mitgenommen. Nur so ein kleiner Streifen liegt hier überall rum. Ist zwar ärgerlich, weil man da jetzt nochmal rüberfahren muss, aber gut. Ja, und das wächst schon wieder nach. Ey, ich werd schwach. Ey, so schnell kommst du gar nicht hinterher hier. Ich war da krass so schnell. Das ist einfach so krass. Du kommst einfach kaum hinterher. Also Leute, wir haben uns ja schon in den letzten Folgen so oft darüber unterhalten, ob wir überhaupt irgendwas selber schaffen oder machen können nebenbei. Jetzt habt ihr ja schon ein paar Folgen einen Einblick gekriegt. Ihr seht, wie das hier auf Hochtouren läuft. Auch die Folgen, die wir jetzt diese Woche wieder hatten. Inklusive auch der, die heute hier gerade noch ist. Vom LU ist auf jedem Feld einer unterwegs. Wir sind selber auf jedem Feld unterwegs. Also ich seh da echt schwarz hier irgendwas selber zu machen. Schreibt mir gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare. Was ihr meint, dass eventuell selber gemacht werden könnte. Das einzige, wo wir uns ja auch schon darüber unterhalten haben, ist wirklich, dass wir uns einen Düngestreuer oder sowas organisieren. Dass wir halt wirklich düngen oder sogar auch vielleicht Kalken selber machen. Aber mehr seh ich halt wirklich nicht. Also ich seh da halt gar kein Licht am Ende des Tunnels, dass wir hier überhaupt die Möglichkeit und die Chance hätten, wirklich irgendwas zu grubbern, zu pflügen oder whatever zu machen. Also seh ich nicht. Keine Chance. Dann kommen wir gar nicht mehr mit den Arbeiten hinterher. Weil aktuell laufen wirklich auf jedem Feld die Lohnmitarbeiter und die Wilma und ich ja selber. Ich seh da überhaupt gar kein Licht. Schreibst mir gerne in die Kommentare. Schaut beim Freezy rein. Freu dich auf die nächsten Folgen, die kommen. Ich freu mich auf jeden Fall wieder, dass ihr dabei wart und sage erstmal Tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi Theke und Andi Mauer war's, ne? Ciao, ciao.